Hallo! Heute schminken wir einen weiteren Star-Style. Letztes Mal habe ich ja ein Augen-Make-up von Scarlett Johansson gemacht. Und dieses Mal ist es diese Werte-Frau, Agnes Irgendwas. Und zwar beschreibt die in Style dieses Augen-Make-up als Bokkenwoll-Schick. Und ja, zum Vergleich. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist, was ich nachgeschminkt habe. Und das ist das Original. So. Und ja, das werden wir jetzt einmal nachschminken. Den Teinten habe ich schon gemacht. Also die Grundierung, dies, das, alles habe ich schon drauf. Ihr braucht für diesen Look definitiv einen Bronzenpuder. Ich habe diesen genommen von Essence Sun Club. Den für blondes Haar. Diesen Bräuner, der ist ohne Glanzpartikel. So. Und Rouge habe ich auch schon. Und zwar von L'Oreal. Den pinken. Es gibt nur zwei. Es gibt einmal den pinken und einmal den orange. Und das ist der pinke. So. Und als allererstes tut ihr eure Base drauf. Die habe ich auch schon. Von UMA. Ihr braucht einen weißen Matten, einen schwarzen Matten und einen schimmernden braunen. Ich habe jetzt hier von Essence die Farbe Teddy. Und wie gesagt, von Peel 2 mein immer benutztes Duo Black Pearl. Und wir fangen direkt an mit dem weiß. Und das kommt in den inneren Augenwinkeln. Und wie gesagt, von Peel 2 meinet. Wenn ihr damit fertig seid, nehmt ihr euren braunen und der kommt einmal komplett auf das bewegliche Augenlid. Bis zum nächsten Mal. Also ihr nehmt euren schwarzen Matten und der kommt in die Banane rein. Und zwar wird der außen, also er wird nach innen hin ausgeblendet. Also ihr macht es hier stark, außen und verblendet den nach innen. Wenn ihr damit fertig seid, macht auch mal euren Pinsel nochmal sauber. Und nehmt nochmal den weißen und verblendet die harte Kante hier oben. Und das Augeninnenwinkel wird auch nochmal mit dem weiß betont. Anschließend nehmt ihr einen weißen Kajal und der kommt auf die Wasserlinie. Und dann wird oben der Wimpernkranz betont mit einem breiten Eyelinerstrich. Sorry, jetzt ist mir natürlich die Kamera abgeschmiert. Und mitten beim Erzählen. Was ich jetzt noch gemacht habe ist, ich habe mit einem braunen Kajal, ich habe mit einem braunen Kajal unten am Wimpernkranz eine Linie gezogen. Aber nur am Wimpernkranz. Die habe ich verwischt mit meinem kleinen Finger so. Und anschließend habe ich meine Wimpern getuscht. Getuscht. Mit der Essence Multi-Action. Mein Abdeckstift von Manhattan. In der Farbe 2 Sable. Der Colin Arthelippen. Und anschließend von Isadora die Farbe 137 Schirr Amethyst. Und hoffe, dass dabei diese Farbe rauskommt, die ich brauche. Ja. Das ist der fertige Lookmoment. Und ich gehe mit euch mal in die Sonne. Also das ist der fertige Look. Zum Vergleich. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, fragt mich. Und wenn ihr den Look nachgeschminkt habt, wie immer, würde ich mich total über eine Videoantwort freuen. Gut. Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss. 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 Tschüss.